Aber wir brauchen eine große Fläche, also nicht unbedingt jetzt wieder in der Mitte Bäume pflanzen, weil wir brauchen halt erstmal eine große Fläche, um diese scheiß Häuser zu platzieren. Ja komm schon, weg mit dir. Komm schon, auf jeden Fall das Spielprinzip. Aua, halt da. Oh, sorry, sorry. Na, 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 man, das reicht hier langsam. Guck mal, komm, komm, guckst du mal, guckst du mal, hier kriegst du einen Schlag, ich fresse. Kaum passt du mal nicht auf. Ja, ich wollte dir ja nur helfen, ich wollte dir ja nur helfen. Ich helfe dir auch mal gleich. Komm, hör mal. Scheiße. Also, ich töte mal ein paar Schafe, ne? Aua. Ja, mach das, mach das. Ist eigentlich relativ egal, du brauchst nicht sagen, was du tötest, ist einfach scheißegal. Hauptsache, du bringst aber nicht alles in der Umgebung, umso hast keiner mehr, was davon hat. Weil Betten brauchen wir auch noch, ne? Auf jeden Fall, der Spielkeitsgrad ist normal eingestellt, das heißt, es ist ein bisschen schwerer als der normale Spielkeitsgrad, den ich immer spiele, ich spiele eigentlich immer leicht. Weiß auch nicht. Oder Hardcore hab ich mal gespielt, da gehst du ja drauf ohne Ende. So, auf jeden Fall wird sich jetzt... Ich hab einen Apfel. Ich hab einen Apfel, cool. Brauchst du einen Apfel, oder? Ich hab gerade zwei. Ich hab eben einen. Hier ist ein Apfel. Ich hab mal einen gegessen, so lecker, ey. Ey, guck mal, da hat ja mal eine Craftingbox, sehr gut. Sehr gut. Ja, die hab ich steig hingestellt. So, aber es gibt die Flash. Brauch ich nicht. Mach immer hin damit, ey, mach immer hin damit. So, dankeschön. Okay, ich werde jetzt erstmal den Grundriss schon mal von meinem Haus anfangen. Ich werde mein Haus so hier instellen, ne? Wenn man dir schon mal Bescheid wisst. So, der Grundriss wird erstmal... Also jetzt nicht unbedingt so eine riesigen Bauwerke bauen, ne? Also von da auf würde ich ein bisschen abraten. Okay, dann brauche ich da also ein bisschen was hin. Dahin. Okay, das ist mein Grundriss, so ungefähr. Oder war noch ein bisschen Bolli noch? Ich kann uns ja schon mal eine Schere machen, weil ich hab hier Eisen gefunden. Jetzt schon Eisen? Ey, sag mal, ihr spielt aber auch eine Gastart in Minecraft, oder? Ey, bis ich das erste Mal... Bis ich das erste Mal in die Höhle gehe, da vergehen mindestens 20 Folgen oder so. Also bei mir ist das nicht gerade so... Also ich bin da eher relativ vorsichtig. Guck mal, ich baue zum Beispiel erstmal meinen Grundriss. Ja, deswegen baue ich schon meinen Grundriss. Ich habe da schon ein bisschen vorgearbeitet bei mir. Na scheiße, ich baue noch alles falsch hier. Ihr habt schon irgendeine Stein abgebaut, ne, ne? Äh, ne, ich. Ich bin gerade dabei. Cool, könntest du mal ein bisschen was abgeben, so dass ich dann erstmal was zum, äh... Zum Holzhacken bauen kann, weil ich brauche unbedingt eine Holzhacke. Ich würde mal sagen, wir bauen erstmal so ein Haus fertig, oder? Ach nee, ihr seid doch schon alle fleißig bei. Ist egal. Ach, die braucht Stein. Kann mir einer ganz kurz ein bisschen... Ich mache erst mal ein Bett, dann spawnen wir da alle wieder, wenn es okay ist. Ja, mach das. Wo seid ihr alle reingegangen überhaupt? Ach, da seid ihr reingegangen. Kann ja mir irgendeiner ein bisschen Stein leihen. Hier. Dankeschön, 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 dankeschön. Gut, dann brauche ich mehr. Das ist mir eine Axt. Ich brauche unbedingt eine Axt. So, da haben wir eine. Und ein Schwert, da habe ich auch noch ein bisschen was dafür. Genau, dann kann ich ja schon mal anfangen, mir ein bisschen was vorzubereiten, bevor ich dann draufgehe in die erste Nacht. Das wäre natürlich auch dämlich, ne? Erste Nacht gleich draufgegangen. Läuft dann gleich schon richtig. Der hat schon ein Bett hier. Na, steig auf. So. Ach, so war rausgehend. Und mein Apfel, mein Apfel, dankeschön. Ah, hier liegen noch ein Apfel rum. Ach, was hier nicht so alles schönes rumliegt. Oh, ich habe drei Äpfel schon. Also, ich habe eigentlich genug zu essen bis jetzt. Alt-Tipp, schon am Bett. Aber ich finde es bis jetzt noch doll, dass noch keiner rausgeflogen ist. Also, ich glaube, da würde ich was gepatcht bei Minecraft, kann das sein? Ich habe Minecraft... Also, das letzte Mal, wo ich Minecraft hier mit anderen Leuten gespielt habe, das ist schon Ewigkeiten her. Ich glaube, das sollte ich ein bisschen ein paar Mal wiederholen. Da ist doch schon ein bisschen her. Auf deinem alten Channel hast du das... Ja, ich habe auch mal auf meinen neuen Channel das mal re-uploaded, weil... Ich weiß ja nicht, ob irgendeiner von euch dabei war. Aber ich hatte ja damals eine Zeit lang, da war das ja bei Minecraft so problematisch. Da hast du zum Beispiel zwei Stunden gebraucht, um... Nee, um eine einzige Folge aufzunehmen, weil immer alle Leute rausgeflogen sind. Und ganz ehrlich, wenn alle Leute immer rausgeflogen, du einfach nicht vorankommen, saßt einfach irgendwann nicht mehr ganz so viel Lust drauf. Ja, ich bin auch die ganze Zeit rausgeflogen, aber jetzt geht's ja wieder. Was möchtest du? Zerstöcke. Ja, ich kann dir gleich welche geben. Ich baue gerade schnell ein bisschen Holz ab. Eigentlich habe ich fünf Stück. Brauchst du fünf Stück? Oder ich habe nur gerade welche dabei? Nein, ja, ich baue auch fünf Stück. Ja, hab's okay. War das schön? Ach, guck mal, hier liegen die auch schon wieder was rum. Ah, ich höre schon Zombie. Also ich höre schon die ersten Zombies. Ich glaube, die sind aber unter uns. Also bis jetzt habe ich noch keinen gesehen, aber ich höre die Dinge. Oh. So ein bisschen Eisen. Ah, nee. Also wir bauen echt gerade ziemlich dicht aneinander an unsere ganzen Häuser. Ich glaube, da brauche ich keine großen Fenster reinbauen. Ich baue eigentlich immer gerne große Fenster zum Ausfüllen, einen schönen Ausblick. Mann, ich glaube, das Holz haben wir echt ganz schön doll abgefahren. Wir müssen irgendwo wieder Holz anbauen. Wir haben schon wieder beinahe gar nichts. Ach, wir haben ja direkt einen Dschungel hier hinterher, ne? Also könnte ich da eigentlich auch ein bisschen was abfarmen. Ja. Aber ich weiß auch nicht. Ich finde eigentlich Eichenholz ist immer noch das geilste Holz. Fichtenholz, ich weiß auch nicht. Ich finde, das sieht eingartig aus noch ein bisschen. Ah, ich habe noch vierzehn Sätze liegen. Ach, da kann ich noch ein paar Bäume pflanzen hier hinten wieder ab hier. Ja. Oh, da noch einer hin, da noch einer hin, da noch einer hin, da hin. Und zu uns ist gleich eine Höhle. Ja, ich habe noch mal eine kleine Pilzfarm für Pilzsuppen. Ja, Pilzfarm. Ich hoffe, ihr habt Ahnung von irgendwas, wie sowas geht. Ich habe da keinen Plan von. Ich habe mich schon wieder beirkt, einen doppelt. Ich mache mal kurz mein Headset ein bisschen weiter weg. Ich möchte mir nicht, weil ich aufnehme, als ich das ein bisschen doof habe, wenn man die ganze Zeit sich doppelt hört, das ist ein bisschen langweilig. Du, schon, weg damit und dann auch noch mehr hier unten weg. Okay. Sag mal, ihr pflanzt aber auch ein paar Bäume ab und zu, oder? Ja. Ja. Weil sie sieht nämlich doch schon sehr kahl aus hier. Ach, guck mal, hier ist so ein Schwein, das höre ich mal ganz fix. Stirbschwein. Aber hier, man hört wirklich die ganze Zeit immer so Zombies, wenn man hier so lang rennt. Hier hinten so eine Ecke. Ich habe meine Zaun zum Glück runter gemacht, ey. Hier, hier so in dieser Ecke, wo ich gerade steht, da hört man die ganze Zeit Zombies so unten. Die hört man ja die ganze Zeit. Ja, hört man ja die ganze Zeit. So, aber ich baue jetzt mal mein Haus hier weiter, bevor ich hier gar nicht vorankomme. Genau, so hoch baue ich das. Das wird eigentlich von der Höhe reichen. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt irgendwie vernünftige Sachen stelle. Hat noch jemand von euch eine Wolle übrig? Wolle? Ich habe noch kein Schaf gekillt. Ich glaube, irgendeiner hat auch Schafen gekillt gehabt, oder nicht? Ja, ich habe da im Bett hingestellt. Ey, wer hat das abgebaut? Ey, hier ist ein Spawner. Ein Spawner? Spawner. Wo? Hier, wo die ganzen Zombies waren. Lol, da können wir eine Farm machen. Ja, ey, das ist wirklich kein. Oh, lol, da ist wirklich ein, da soll ich helfen. Ich helfe dir. Ey, da läuft ja bei euch. Ich habe Wackeln. Ich habe Wackeln. Wackeln. Ihr habt ja echt keine Ahnung, als ich von Minecrafte jetzt schon eine Mob-Farm gefunden habe. Und das Slower, da hast du ja ein bisschen Fawn hinunter, Alter. Ja, das habt ihr aber mit euren Farmen hier, oder? Nein. Oh, der erste ist schon gestorben. Der erste ist schon kaputt. Oh, ich sterbe gleich auch. Oh, sterbe, sterbe. Haben wir mal jemanden? Ja, sterbe. Aber ich glaube, bei den Minecraft-Updates war jetzt glaube ich irgendwie so ein Update bei, dass man so einsteigen kann. Nein, nein, fuck, Alter, das heißt wirklich. Helft es mir. Helft es mir, nein. Ich habe da auch noch ein extra Fackeln. Nein, meine ganzen Sachen, Alter. Ich weiß gar nicht, wo es mal da hinkommt, wie man auch. Wie kommt man da überhaupt hin? Das Slowerbuch hat das gehört mir. Die Sattel, die gehören mir, die habe ich aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wo es überhaupt der Eingang von der Höhle ist. Ich finde ihn gar nicht. Irgendjemand hat den Spawner aber abgebaut. Ja, ich habe ihn abgebaut. Oh, hier ist ein Creeper, Scheiße. Leute, bitte. Geistet das ein Skelett. Achso, das wirst du gar nicht. Ich bin gerade reingefallen. Was macht die hier gerade? Der hat einfach vorne. Oh, sorry. Hallo. Ich fange schon gut an. Mann, alle springen sie ins Loch rein. Die Truhe will ich haben, wenn die leer ist. Die will ich dann haben, die Truhe. Die stimmt. Wir hatten mein Zauberbuch. Aua. Ich habe ein Zauberbuch. Ich habe ein Zauberbuch. Ja, der Frennung ist vorbei. So, ich brauche jetzt erstmal die Truhe. Ich will die Truhe haben. So, dann brauche ich mich schon mal keine Truhe in Minecraft. Da ist nicht gut drin. Ich bin nichts mehr drin. Werte zwei Satteln. Oh, kommt schon wieder eins. Zombie. Oh, schon, du bist mein Kill. Werte zwei Satteln. Wollte, hattest du das Zauberbuch? Ich habe nur eine Truhe geklaut. Ja, kriege ich das mal. Das hatte ich. Ja, ich gebe dir das sofort. Oh, Gott. Ich habe hier ein Steinschwert. Also, ich könnte auch ein bisschen kämpfen. Geh doch mal ganz kurz. Ich schau mich. Geh doch mal alle so ein bisschen weg. Das ist gerade so gut. Okay, wer wollte das Zauberbuch haben? Okay, gut. Ja, das die ich haben. Das Zauberbuch. Und es geht. Oh, nein. Leder und Hülse. Meine ganze Sachen scheiße. Dann ist ein Enderman. Das waren die eigentlich zwei. Oh, Gott. Das ist ein Creeper da hinten. Guck mal, guck mal. Zwei Zombies. Oh, oh, Enderman. Hat irgendjemand mir eine Steinachs? Ja, ich habe eine Steinachs. Ich nicht. Doch, ich habe eine Steinachs. Ich bin eine Spiele. Ich habe eine Angefangs. Ich habe eine angefangenen Axt habe ich dabei. Ich glaube, die gehört irgendeine von euch. Achtung. Da, prüge. Ihr müsst uns mal einigen hier, nicht, dass alle auf einen draufrennen, die sich uns dann noch gegenseitig verprügeln hier. Ja. Wegen gar nicht die Betten, die hier sind. Wegen gar nicht die beiden Betten, die jetzt mitten im Weg stehen. Das hier ist meins. Okay, könnt ihr euch die bitte ins Haus reinstellen oder so? Ich habe noch gar kein Haus. Achso, mit langsamen Zeit. Ich habe schon so ein kleines Haus. Ich brauche einen Enderman. Ich will den Enderman töten. Ich weiß es nicht. Dann schnappe ihn dir. Der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Hilft mir, hilft mir. Da ist er scharf. Oh, der hat sich weggebrotet, gerade habe ich gehört. Oh, irgendeiner wurde schon vom Enderman gekillt. Ich lasse mich. Ja, ich habe den ausgesehen in die Augen geschaut. Ja, du hast hier ganz viele, du hast seinen Sattel hier bei mir verloren, in meiner Wohnung. Sieh ich hier gerade? Ja, ich stürte gerade. Oh.